Oh mein Gott, Freunde! Fortnite Chapter 5 hat gestartet! Und dabei haben wir einfach mal die alte OG-Map zurückbekommen. Und natürlich auch alle dazugehörigen Waffen und Items sind zurück. Und weil wir alle diese Zeit so sehr vermisst haben, gibt es heute endlich wieder mal ein OG-Fortnite-Video. Ich muss auch sagen, die Runde ist komplett eskaliert. Wir haben 26 Kills gemacht und den Zieg geholt. Deshalb, das Ganze dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn ihr euch auch freut, dass OG-Fortnite zurück ist, lasst jetzt alle einen Daumen nach oben da, dass das für immer so bleibt. Und vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren. Und jetzt ganz viel Spaß. So, Freunde, jetzt kurz bevor es in die Runde reingeht. Ihr wisst, es gibt eine neue Season, bedeutet, es gibt auch einen neuen Battle Pass. Und ich weiß, es gibt sehr viele von euch da draußen, die dürfen sich den Battle Pass nicht kaufen. Und genau deswegen gibt es eine kleine Verlosung für euch. Ich verlose nämlich insgesamt 10 Battle Pässe an euch da draußen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ragt auf ihre Minecraft-Code Lumex im Itemshop ein. Und schickt mir davon ein Foto auf Instagram. Da könnt ihr mir, by the way, ebenfalls folgen. Ja, und das war's schon. So macht ihr am Gewinnspiel mit. Und jetzt würde ich sagen, rein in die Runde. So, Leute, wir sind endlich in Fortnite angekommen. Und bitte, Savage, schau dir das mal an. Wir befinden uns einfach im OG-Battle-Bus auf der OG-Map, Junge. Wie geil ist das denn, Alter? OG-Feeling ist da. Ich bin so gehypt. Ey, spring mal direkt raus. Du weißt, wo wir laden, Bruder. Tede Towers, Junge. Er will direkt Action haben. Ja, normal. Er will direkt Action haben. Ey, Leute, ihr seht schon, wir sind komplett überdreht. Weil ich meine, ihr seht's ja selber. Wir zocken bei OG Fortnite. Die neue Season ist da. Ihr wisst, das Thema von der Season ist OG. Und passend dazu habe ich hier auch direkt hier OG-Skin rausgeholt. Farbbomberin. Was hast du hier an? Äh, Farbenbomber. Ja, Farbenbomber mit dem OG-Schild. Und du hast auch den schwarzen Ritter rausgeholt, sehe ich, ne? Bruder, natürlich. Natürlich. Weißt du, was der Battle Pass das war? Ja, Season 2 natürlich. Erster Battle Pass. Und ich hab direkt Attack. Bro, OG-Waffen ist ja alles drin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Pass auf, bei dir ist einer. Bro, gar kein Stress hier, Junge. Hier, wer legt dich mit mir an? Ich hab ihn direkt. Nice, Bro. Oh mein Gott. Wie geil ist das? Alles gleich. Komm mal, hier hat sogar Bushes drin, Bro. Bushes drin. Sag mal her, sag mal her. Oh, vor uns, vor uns. Pass auf, guck mal. Warte, warte. Oh mein Gott. Er tanzt. Granate. Du hast die Becke. Du hast die Becke schlossen. Okay, wir müssen. Gönn dir den Bush. Nein, ich nehm keinen Bush. Ich bin doch kein Camper, Bro. Der ist so P, Digga. Nein, weißt du, was ich nehm, Bro? Weißt du, was ich nehm? Was? Sag mal her. Einkaufswagen. Nein, wie geil ist das denn, Digga? Steig ein, ey. Ich steig ein, ich steig ein. Warte, warte, warte. Ich hab ne Idee. Was hast du zu machen? Der Bush mit Einkaufswagen. Oh mein Gott. Das ist so P, Digga. Er übertreibt komplett. So, erstmal anziehen. Es ist wirklich viel zu nice. Guckt euch das an. Ihr zieht einfach den Bush an. Ey, Leute, ich hab lang keinen Bock mehr gehabt, so ein Game zu zocken, wie jetzt grad Fortnite. Weil das OG-Feeling ist einfach wirklich 100%ig, wie das aussieht hier mit dem Einkaufswagen. Wir können einen verbauen auch. Ja, Junge, du hast alles kaputt gemacht. Meine. Ja, ich fahr jetzt ohne mich. Hau rein, ja. Fahr ohne mich, fahr ohne mich. Hä, aber guck mal, ein Gebäude. Doch, das Gebäude ist da, aber nicht ganz oben. Ja, ihr seht, Leute, das Gebäude hier. Vielleicht entwickelt sich das noch im Laufe der Season. Weil ihr wisst ja, es gibt jetzt jede Woche eine neue Season. Wir sind aktuell in Season 5. Und das Ganze geht quasi bis Season 10. Jede Woche eine neue Season. Deswegen, Leute, ihr müsst auf jeden Fall wieder Fortnite spielen. Vertraut mir. Weil ihr seht auch, wie OG-Pump ist zurück, Junge. Ey, ich hab noch gar nicht Double-Pump probiert. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Ey, warte. Soll ich testen? Soll ich Double-Pump ausprobieren? Test mal. Test mal. Test mal. Leute, wir wissen ja, Double-Pump ging eigentlich nur bis Season 4. Deswegen, theoretisch dürfte es nicht gehen. Ich würde sagen, wir testen es mal. Drei, zwei, eins und... Ah, okay. Seven geht nicht. Ich hab getestet. Ach, schade. Ey, das wäre anders krass gewesen. Ja, aber macht an sich keinen Sinn, weil es ja, wie gesagt, Season 4 gewesen. Hier ist irgendwo noch eine Kiste. Ich sehe sie nur gerade nicht. Wo ist sie denn? Hier, hier, hier bei mir. Oha, oh mein Gott. Ey, guck mal. Oh, das ist die Auto-Sniper, ne? Ja, ja, alle alten Waffen sind einfach zurück. Es ist so krass. Ey, Seven, sag mal ehrlich. Ey, Crippler. Was? Crippler für dich hier. Könnt ihr Crippler pro und farmers? Ich komm, ich komm, Leute. Einfach Crippler. Könnt ihr Crippler? Oh mein Gott. Greis, das ist krank. Ey, ganz kurz, Seven, ne? Du weißt ja, hier in Fortnite, ganz kurz an euch, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, immer einen Creator-Account bei euch eintragen. Ist egal welchen. Ihr könnt selber seinen eintragen. Ja, alles gut. Wir sind hier auf Lumix, seinem Kanal. Ja, ihr könnt auch gerne meinen eintragen. Deswegen Lumix, Leute. Aber, Leute, tragt unbedingt einen ein, weil das ist kostenloser Support für uns Creator. Würde uns mega freuen. Deswegen, äh, trag ihn auf jeden Fall ein. Und ansonsten, Seven, ich hab da draußen auch grad, äh, das Golf-Card gesehen, ne? Lass das mal nehmen. Let's go, Bro. Du darfst fahren, weil ich hab keinen Führerschein. Du hast schon einen Führerschein in Fortnite. Ich hab gar keinen Führerschein. Deswegen erst mal hier. Oh mein Gott. Hier ist es. Da ist das OG-Golf-Card. Ey, ne? Es ist so ne Nostalgie. Leute, ich bin so gehypt. Also, deswegen, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock auf mehr Fortnite-Videos die nächste Zeit habt. Weil ich hab auf jeden Fall Bock, wieder richtig viel Fortnite zu zocken. Und bitte, Seven, mach den Busch weg. Ich seh nix, Junge. Nein, ich behalte den Busch. Die sind meine Steppen nicht. Ja, ey, Junge, dann bauen wir gleich einen Unfall wegen dir jetzt. Egal. Das ist doch wurscht. Wir müssen gewinnen, was wir im Unfall bauen. Okay, warte mal. Da ist nix. Was sind denn jetzt die Gegner? Ey, wir bräuchten mal einen Biggie, weil ich hab noch keinen Blue Shit. Dann lass mal, sollen wir mal Loot Lake und Plessen Park gleich abchecken? Ich wollt grad sagen, Leute. Ihr seht's ja hier. Wir haben die alte Map. Auch Loot Lake ist am Start. Komm. Ab nach Loot Lake. Warte, Tasha Rift. Rift to go. Rift to go. Nimm mit, Bro. Nimm mit, nimm mit. Ich nimm mit, warte. Ich nimm mit. Chill, 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 chill. Ich nimm mit. So, ich snacke ganz kurz. Schüsse bei 319 habe ich gerade angezeigt bekommen. Schüsse? Ja, bei 319 wurde mir angezeigt. Komm, lass hin, lass hin. Direkt Action. Ihr wisst, wir müssen hier natürlich die 20er-Bombe raushauen, ne? Auf OG-Basis angelegt. Wie krass das wär. 119. Ne, sorry, sorry, das war falsch. 330. 330. Was, 330? Ja, sorry, das wurde mir falsch angezeigt. 330. Ich hab aber auch kein Schüsse hinter uns gehört, tatsächlich. Echt? Warte, ich schieße auch vor uns. Loot Lake. Loot Lake. 36, 37. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, hier direkt in allerersten Kampf. Ah, Seven. Oh, Action. Let's go. Oh mein Gott, einfach mit dem Golf-Cut geriftet. Ey, ich flieg dir zu den Gegnern, Bro. Wo bist du? Zu den Gegnern, zu den Gegnern. Ja, okay, geh, geh, geh. Diesmal mir, diesmal mir, diesmal mir, 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 mir. Warte, ich hole die, boh, entspann dich. Ich klär das. Ich klär das. Hier. Bamm, 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 bamm. Einer ist low? Down, down, down. Bamm. Nächste down. Ja, nice, nice. Noch einer? Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Warte, warte, warte. Kollege, leg dich nicht. Ach, nein. Der war schon low, Bro, ich hab zwei Hits gemacht, der war schon down, sorry. Ja, Bro, wir sind noch ein Duo, gar kein Ding, Mann, Junge. Ich wollte dir den Kill geben, Digga, alles gut. Ich hab Minis, falls du brauchst. Äh, ich hab auch noch einen, ich gönn mir ganz kurz. Ey, sag mal kurz, wie viele Kiss hast du, Bro? Ich hab erst einen, ich hab erst einen. Ja, da haben wir zusammen schon fünf, Bruder. Es leben noch 57 Leute, das könnten 20er-Bomb werden, Junge. Bro, lass mal direkt pleasant, 100%ig sind pleasant, Leute. Bro, pleasant ist einfach anderes Level. Komm, lass pleasant, save. Es ist, Schüsse, Schüsse, Schüsse. Ja, 350. Ich komm mit Crappler. Einfach mit OG Crappler, Leute. Es ist so krass. So geil, Digga. Ich treff nicht. Ey, du musst aufpassen, mit einem Crappler bekommst du Voll-Damage, ne, wenn du zu weit oben bist. Nicht vergessen. Nein, 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 bekommt man nicht. Bro, ich hab letztes Voll-Damage bekommen. Bro, Chuck-Chuck ist drin. Hast du Leggy? Ich hab einen Chuck-Chuck, einen legendären Bruder. Er hat Leggy Chuck-Chuck. Ihr seht, alle OG-Items sind zurück, Leute. Alte Map, alte Grafik, alte Waffen. Alte Verkehrsmittel. Alles ist zurück, Leute. Es ist wirklich das alte Fortnite. Es ist wirklich viel zu krank. Ihr seht auch... Bei 49, nur zur Info. 49 sind Gegner, sagst du? Ja, bei diesem Golfplatz hier. Bei, äh, bei Dinger hier. Bei Lazy Links, Bro. Oh, gar kein Ding. Ich krabbe mich her mit Crappler, Bro. Hier. Hey, direkt bei mir. Was soll denn das? Ja, okay, ich bin auf dem Weg. Chill, chill, chill. Ich bin auf dem Weg. Crappler Lumex ist da, Junge. Bro, ich warte auf dich. Wir machen ein bisschen Faxen. Wir machen ein bisschen Faxen. Gar kein Stress. Ich bin da, Junge. Es ist nur... BAM, in der Luft mit Crappler. Let's go. Hey, 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 stopp. Schall gedämpfte Ska, Bro. Was? Nein. Doch, ich hab sie hier. Schau, schau, schau. Schall gedämpft. Das ist crazy. Ey, vielleicht finden wir die Legi Ska, ne? Das wär Feierabend. Legi Ska, ciao. Gegner, Gegner, Gegner. Wo, wo? Direkt vor uns. Direkt vor uns. Ah, ja, ich seh's, ich seh's. Let's go. Warte, ich schalldämpf den weg. Ey, links. Ah, warte, warte. Ich geh nach links, du gehst geradeaus, okay? Okay, okay, ich hab ihn. Er ist One-Shot, er ist One-Shot, er ist One-Shot. Nice. Weil hier war auch einer. Ich push, ich push, ich push, ich push. Bei mir, bei mir, bei mir. Direkt bei mir. 30er Hit. Ah, er ist low, er ist One-Shot, Bro. Ich helf dir. Bei mir, oh, bei mir ist du noch welche. Ja, 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 bei mir sind auch richtig viele. Einer baut da vorne, warte, ich hol ihn kurz. Ich finische. Er ist down. Einer ist down. Aber der bei dir lebt noch, auf jeden Fall. Hä, kämpft der hier? Ja, der hinten ist ja. Er snipet, Digga, er snipet. Warte, warte, warte. Von mir, Kollege, stehenbleiben, die Polizei ist da. Hast du ihn? Ja, ist knocked. Jawoll. Aber da muss noch jemand leben. Es waren nicht komplett alle. Ja, ja, das waren richtig viele. Es leben noch geisteskrank viele. Ey, ich find das auch geil, ne? Gefühlt im alten Chapter waren immer so schnell Leute tot. Und hier auf der neuen Map, die Leute lassen sich wieder Zeit beim Looten und so. Man merkt das richtig. Ja, ist so. Ey, Bro, bei mir? Ja, okay, okay, okay. Ey, Digga, ganz wichtig. Kannst du snipen? Kannst du gut snipen? Ich bin... Bro, wenn ich eins kann, dann ist es snipen, Junge. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Ich komm mit Golfkarten. Weil hier ist nämlich das Jagdbewerb. Bei mir ist noch ein Gegner. Bei mir ist Gegner, Bro. Ich muss ganz kurz hier die 90s cracken. BAM! Bei mir auch hinter mir. BAM! Ab nach unten. Oder? Hier. Zack. Zack. One replace. BAM! Headshot. Tot. So sieht's aus. Ey, ich glaub, bei 280 ist auch nochmal einer. Ey, wir müssen noch ein bisschen mehr zusammen. Bro, guck mal auf die Karte oben rechts. Loot Drops sind zurück. Wo? Oh, hol dir Loot Drop. Hol dir Loot Drop. Ich komm zu dir jetzt. Wir müssen wieder zusammenkommen, Bro. Warte, ich komm zu dir. Ja, ja, safe, safe, safe. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir, Digga. Ey, Leute, ich bin sprachlos. Ihr seht, wir sind hier komplett am durchdrehen. Neue Fortnite-Season ist da. Die OG-Season ist da. Es ist zu krass. Oh mein Gott. Ey, vielleicht ist da RPG drin. RPG ist okay. RPG ist okay. Oh mein Gott, stimmt. Ey, Bro, Sette. Weißt du, was das für eine Nostalgie gerade ist? Der OG-Loot Drop, Bro. Der OG-Loot Drops. Dieses Geräusch. Komm, wir bauen zu. Das Ding ist, Bro, es gibt jede Woche eine neue Season jetzt. Okay, komm. Wir müssen kurz tanzen, Bro. OG-Tanz müssen wir kurz machen, hier. Okay, warte. Junge, was brauchst du so lange hier? Mach mal schneller, Junge. Ich find meine Emotes nicht. Ja, ich mach auf. Ich mach auf jetzt. Mach auf. Credit Launcher. Ciao. Ciao. Vorbei. Jetzt vorbei. Ist vorbei. Bro, das war's für die. Äh, Jungs, das war's. GG. GG. Ich hab meine Emote-Taste gefunden. Das war's, Digga. GG. Was machst du für die Emote-Zeige? Komm her. Ja? Komm her, Digga. Ja? Ich lese dir jetzt was vor. Es war einmal die OG-Season. Und jetzt geht's weiter direkt hier. Let's go! Let's go! Gegner! Warte, warte, warte. Was ist das? Achtung, 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 Achtung. Ja, ja. Bam. Der ist genug. Der ist genug. Ich mach mit den Credit Launcher, Bro. Ich hab ihn mit den Credit Launcher! Jawohl, Digga. Austanzen, Austanzen, Bro. Warte, und? Ich überfahre ihn, ich überfahre ihn. Bro, man kann wieder tragen, guck mal. Wie geil ist das, Junge? Ich komm hinterher. Bauen wir hoch, bauen wir hoch, bauen wir hoch, bauen wir eine Treppe, Bro. Komm mit, komm mit, komm mit. Leute, wir werfen den jetzt einfach runter. Er wollte uns nämlich hier von hinten attackieren. Aufs Haus, aufs Haus, komm. Auf dem Dach drauf, let's go. Nein, er muss Falsschatten bekommen. Wir müssen höher, Bro, höher, höher. Ach so, du willst doch höher? Ja, natürlich, Junge. Sag das doch gleich, sag das doch gleich. Und falls uns jemand abschießt, ich hab's Rift dabei. So, okay, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Noch irgendwelche letzten Worte an ihn? Du warst schon gut, euer Spieler, jetzt ist es vorbei. Auf Wiedersehen! Wow! Boom! Er hieß Free Cookies, Digga. Komm, 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 Rift. Du bist geriftet, okay, warte, warte, ich komm. Ich hab dich nicht erwischt. Ich komm, doch, ich bin drin. Wohin? Sollen wir Pleasant? Pleasant ist safe, was? Pleasant? Oh, Pleasant Park. Oder du bist zu weit weg, aber... Ja. Ist weit weg, aber wo sollen wir hin? Äh, ich flieg jetzt mal. Oder wir nehmen die Golf-Cards hier. Vielleicht sehe ich noch einen Gegner von oben irgendwo. Gegner, da hinten, Gegner. Hier, 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 vor mir, vor mir, da irgendwo. Das ist Gegner. Welche, Numero? Numero was? Da, wo ich markiert hab, beim Haus da. Ah, okay, 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 nice. Bro, ich flieg auf das Dach und gib ihm einen One-Pam. Probier's mal. Ja, Bro, er chillt im Häuschen, guck mal. Ja, pass auf, ich bin auf dem Dach, Bro. Er springt. Achtung. Mal gucken. Headshot. Achtung. Bam! Hab ihn. Nice, Digga, nice. Gönn dir, Chuck-Chuck für dich. Nein, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Und, äh, Schüsse Richtung Pleasant Park. Ja? Ich schau mal Chuck-Chuck. Jaja, Schüsse Richtung Pleasant Park. Okay, okay, Richtung Pleasant Park, ich schau mal. Also, ihr merkt schon, Leute, wir sind hier voll im Element. Jeder Gegner bekommt hier einfach den Pumpgun-Headshot. Keiner kann was machen. Ich hab zehn, nee, ich hab neun Kills, aber gleich zehnmal, da ist noch ein Gegner. Hier, komm. Dann holst du, oder? Der rafft ja gar nichts hier. Fress mal ein paar Granaten, Junge! Du hast den Lazy-Granatenwerfer, der ist halt Feierabend. Also, really, der ist Feierabend. Hast du jeden? Nee, aber... Oh, da ist noch einer, ich helfe dir. Alles gut, wir regeln das, Bro. Wir kriegen das Sinn. Okay, einen hab ich down, den anderen kannst du holen. Easy. Knock? Jawoll. Aber da muss noch einer sein. Ja, 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 ja. Frag mich aber grad, wo? Haben die irgendwelche Kunden Loots? Nee, haben die nicht. Weil ihr seht schon, Freunde, weil wir hier die absoluten Pros spielen, spielen wir auch direkt einfach du versus Trio. Wir sind zu gut. Wir sind zu gut, wir wollten nämlich direkt hier die 20er-Bomb raushauen. Ich hab 10 Kills, du hast wie viel? 2, 3? Ich hab 6, ich hab 6. Bro, wir haben insgesamt 16 Kills. 16, da steht's ja, neben den Kills da. 16, das ist ja komplett die Tutti. Ey, lass das Golfkart nehmen, Bro, komm. Ja, ja, mein ich. Wir holen Golfkart. Komm, steig ein. Du kannst dann schießen, falls du was siehst. Let's go. Äh, pleasant, würde ich sagen. Pleasant. Ja, wir müssen pleasant abchecken, Freunde. Ihr wisst, einfach für das OG-Feeling geht's jetzt ab. Let's go, Dicker. Ab geht's. Schüsse vor uns, Bro, Schüsse. Ja. Direkt nach vorne. Ich schieße, ich schieße. 20er Hit. Noch ein 20er. Nice, Bro, ich fahr. Du schießt. Warte, warte. Okay, wir müssen aussteigen. Sorry. Aussteigen? Okay, let's go. Raus. Achtung. Ja, vor uns. Hier. Mach Kanattenwerfer. Let's go. Bam. 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 Und? Hab einen. Hab einen. Stark. Sehr nice. Und der andere ist down. Nice, Dicker. Oh, links, links, Bro. Links, guck mal. Down, hab ihn. Nice, Dicker. Ey, 20er, Bob, bist gleich da, ne? Junge. 20er, Bob, bist gleich da. Ey, guck mal auf OG, man kann nicht schwimmen, Bro. Leute, wisst ihr das noch? An die OG-Spieler von euch, man konnte nicht schwimmen. Man war richtig langsam im Wasser. P90! P90! Bro, ist Feierabend. Feierabend. Hier, gönnt ihr auch noch Grenade-Launcher. Hier ist noch einer, können wir Double machen. Gegner, Gegner, Gegner! Ja, vor uns. Ich mach auch Grenade-Launcher. Beide Action. Warte, warte, ich mach Pumpgun-Action. Okay, let's go. Oh, er ist gut, er ist gut, Bro, er ist gut. Okay, ich komm. Hast du ihn? Ja, ja, natürlich. Digga, ich wollte dir schon helfen, Junge. Ich dachte gerade, du gehst dauernd. Nein! Warum, mich holt keiner? Was denkst du denn von mir? Es leben jetzt nur noch sechs Leute. Wir können eigentlich den wir jetzt eintüten. Da ist nochmal ein Lootjob. Ah, aber der ist zu weit weg. Äh, ich glaube, hast du Biggies oder soll ich mir Chak-Chak gönnen? Äh, ich hab gar nichts. Können dir Chak-Chak, Bro. Wichtig, wir brauchen zwar nicht Leben. Ja, okay, true. Jetzt kannst du es vergessen. Okay, dann lass mal ganz kurz an dieses Häuschen reinschillen. Falls wir jetzt Schwitzer sehen, Digga. Äh, GG. Ey, Leute, bisher mussten wir schon ein bisschen Krägen, ihr seht, der hat mich gerade schon fast weggelasert. Aber, komm, erstmal hier den Chak-Chak. Ja, ich schreib mal kurz. Ja, yo, ich bin OG Fortnite Season. Komm auch. Creator Code Lumex oder Seville. Stark, okay. Oh mein Gott. Oh, Zipline, Zipline. Chill, 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 chill. Ja. Achtung. Ja, ja, wir gehen uns raus. Wir sneaken uns langsam raus. Ganz langsam raus, sneaken. Ich will ihn trappen. Ich hab ne Trap, Bro. Ich will ihn trappen. Ich hab ne Trap. Wo ist er? Da vorne. Ich hab ne Trap. Warte, warte, ich trap ihn. Wenn ich ihn jetzt trappe, dann müsste ich alle ein Like da lassen. Er ist voll der Bot. Er ist safe in OG-Spieler. Er hat auch schwarzen Ritter. Oder doch nicht. Warum hol ihn? Warte, warte, warte. Er checkt gar nix, Bro. Er checkt gar nix. Warte, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Warte, ich will ihn trappen. Ja, ich bin hier. Äh, ich baue, weil vor uns auch noch einer ist. Alles gut. Komm. Bam. Vor uns noch einer. Einfach nicht. Krass. Vor uns noch einer. Wo, wo, wo. Ah, da, ich seh. Hier rechts, 172. Bam. Bam. Friss Granaten, Junge. 77er. Easy. Ja, der ist da. GG. Nur noch vier Leute leben. Bro, wir haben schon 22 Kiss. Es ist geisteskrank, Leute. Feierarm, Feierarm, Digga. So, warte mal. Äh, vor uns bei 93 ist noch einer. Guck mal. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Hier, er ist blue, er ist... Ja, jetzt ist er white. Easy. Bro. Er ist white. Die checkt gar nix. Die können alle gar nix. Das sind alles Familienväter, Leute, die gerade online gehen wieder. Ja, ja. Ich sag euch, wie es ist. Also, das heißt, falls ihr nicht so gut in Fortnite seid, Leute, ihr müsst jetzt online kommen, weil jetzt könnt ihr auch immer ein paar Kiss machen hier. So sieht's aus. Hier bei der Insel, ich weiß nicht, ob ich bei der Insel... Hier ist ein Wiki, aber du brauchst nicht, du brauchst nicht, okay. Hast du so eine Distance-Waffe in der AR oder irgendwas für mich? Ja, ich hab eine AR. Warte mal, ich kann dir geben, komm mal her. Ja, dann nimm mal du P90 jetzt, weil ich will mir hier ein bisschen Distance-Action machen. Favorite Weapon. Favorite Weapon P90. Achtung, Achtung. Bitten ist nämlich noch einer. Ja, easy. 21er. Cheat Crack. Und? Er trifft mich, aber alles gut. Er trifft mich, er hitet, er hitet, hab ihn down. Ja, down. Wo sind die Letzten? Nur noch ein, nee, doch. Zwei Leute, zwei Leute. Ja, ein Team vielleicht. Vielleicht sind es auch zwei verschiedene. Bro, ich baue einfach den ganzen See zu. Nö, wir haben so viele Metz. Wir haben richtig viele Metz. Wir können ehrlich gesagt den ganzen See zu bauen. Bro, lass Skybase machen. Skybase. Sollen wir machen? Ja, lass machen. Sollen wir machen? Lass machen. Okay, okay. Aber Bro, wir haben keinen Rift, da ist es, wenn die uns runterhauen, sind wir dead. Ist noch Wasser, Bro, Wasser. Ja, wir sind trotzdem tot. Guck mal, war ich schaden hier im Wasser? Natürlich. Da müssen wir über eine Zipline bauen, Bro. Ja, okay. Hier, hier ist ja eine Zipline. Ja, ja, warte, warte. Dann bauen wir einfach so. Ey, das ist so risky jetzt, ne? Noch ein bisschen weiter. Ja, wir machen es, wir machen es. Ich sehe einen, ich sehe einen. Da ist einer bei E, bei E. Warte, warte, warte. Pass auf, Achtung. Warte, tsch, tsch, tsch. Ich wollte noch hochbauen. Bro, was hast du getan? Hey! Hey, was habe ich gemacht? Du hast abgebaut, ich bin runtergefallen. Nein! Komm runter. Aber du hast vergessen. Ja, egal, 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 egal. Komm runter, komm runter. Oh mein Gott. Sprünge nicht, komm runter, komm runter. Naja, alles gut, ich bin noch schon da, ich bin noch schon da, Digga. Ich bin noch schon da, ich bin noch schon da, Bro. Ich hole dich. Junge, du hast mich getreut, Alter. Hab ich nicht, war aber nicht mit Absicht, Bro. Okay, warte, ich baue kurz. Komm schon, zieh durch. Der pusht, Junge, der will pushen. Der will uns pushen, Junge. Chill, chill, chill. Fünf Sekunden. Fünf Sekunden, drei Sekunden. Wir holen den Ambition Sieg in der ersten Runde. Eine Sekunde, let's go. Hast du, hast du Healing? Nein, ich hab nichts, Digga. Egal, egal, egal. Das reicht, das reicht. Bro, egal, der kann gar nichts. Pass auf, was ich hier mache. Ich mache Flickflack push hier, over the duck. Unter dir, direkt unter dir? Hier. Hier, Achtung. Bam. Komm. Bam. Bam! Bro, der andere ist hinter uns bei 46. Egal, die pushen. Ich pickaxe ihn, Bro. Ich pickaxe ihn! Okay, ey, lass zusammen pickaxen. Okay, okay, okay. Er schießt runter, er schießt runter. Achtung, er schießt runter. Vor Damage, vor Damage. Das ist gut, der... Vor Damage! Er ist gut, er ist gut. Egal, komm, komm, komm. Ich baue ein bisschen zu. Ich bin unten, ich bin unten, ich bin unten. Okay, und let's go. Auf ihn drauf. Oh, oh, komm schon! Ja! Wie geil war das, Digga? Bro, guck mal oben, wie der epische Sieg aussieht. Das ist der alte Sticker, schau mal. Ja, Ehre, Digga. Das ist so geil. Also nicht der ganz alte, der eins danach ist. Ja, ja. Geil, Digga. Geile Runde. Wie viele Kills haben wir insgesamt gemacht? Äh, warte. Ich hab mal Match-Statistiken. Äh, ich hab sieben gemacht, du? 19 Kills, Bro. 26 Kills. Oh mein Gott, Leute! Holy Crap. Also, Seville, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer, dass es eine geisteskranke Runde war. Wirklich. Es hat so Bock gemacht, Leute. Ihr müsst da... Und wir haben den Siegesgleiter bekommen, übrigens, ne? Ich warte direkt mal, wie er aussieht. Wow, Leute. Das ist der neue Siegesgleiter. Zeitschirm. Der Zeitschirm. Das ist sehr, sehr krass. Oh mein Gott. Du noch mal heftig. Ja, Seville, wir sind am Ende angekommen. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du mit am Start warst, auf jeden Fall. Wir waren ein super Duo. Gerne, gerne. Deswegen, falls ihr mehr Folgen sehen wollt, Leute. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Checkt auch gern Seville ab. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, gern kostenlos hier im Itemshop. Creator Code Dumex eingeben. Oder auch gern Seville eintragen, Leute. Deswegen würde ich sagen, das war's gewesen. Wir sehen uns mal in einer neuen Folge. Bis dahin. Wir sind raus. Ciao.